so ist die Nutzung des Projektchen zu Ende m um das wir gestern angefangen haben in Form von der Pipeline für die automatische Farm im Zoll und hier zwischen Kreis gelaufen kommt auf ich dachte mir ich wäre jetzt gerade naja sieht es schon besser aus und es wird wieder Nacht meine Fresse wieso muss es immer Nacht werden wenn wir gerade irgendwas bauen 1,2,3,4,5,6,7,8 es geht bestimmt leichter ich weiß aber ich brauche es gerade zu ich sage jetzt nicht weil ich es nicht anders kann sondern einfach weil es zu pro-mäßig ist ja sucht sich aus das ist ganz sicher wie der Fail ist weil dann brauche ich ja Massive Redstone Engines da unten buddelt der schon nächste Hülle an ist da unten Diamanten findest Diamanten nee hier ist ein Creeper von hinten also kann ich mir dann überhaupt irgendwas von hinten so jetzt sollte es dann gehen weil geht nur darum dass sich das Ganze nicht verbündet verbündet und verbündet so praktisch fast gleich die Höhe glaube ich das bringt nicht die Boxen zu können ist es sowieso Tüfer müssen Tüfer ich hoffe hier ist nichts drunter nee zum Glück nicht so sieht hier schon mal ganz gut aus wieder wir kommen den ganzen Pipes durch ich glaube noch eins von mir ja ja es war ihm genau zu sein so komm ja komm ging das wow es ging sogar es komm komm nächstes Mal plan es ging nicht ging mir nicht gut ich ging wieder ich will nicht um ihr kamen alle Fälle erst mal wieder mehr Pipelines für zu können die wird kennen gehen alles in dem im Gelb zu auch ich meine es gleich in Gehen hier auf alle Fälle erreicht und ich denke mal 16 von jedem so was ist denn halt los jetzt hatte ich das wahrscheinlich nicht verbunden oder wie ich mich kenne egal ich dachte ich habe er kommt jetzt angelatscht du denkst ich sehe dich nicht du kleine Missgeburt ich möchte ich die kleinen nettes Füße schweb ich liebe ich alles noch ich bin nur gegen Kriper rassistisch weil Creepers scheiße sind ja komm ich schaufle dich weg von der Schaufel gekillt jetzt brauche ich wieder komm jetzt komm komm brav jetzt komm ich fällt mir ein ich musste alles eigentlich zu einer zusammengen das heißt ich brauche noch mal Pipelines und ich werde erst noch mal zurückgehen müssen oder geht es mit einer Eisenpipeline also mit einer Iron Pipeline und muss man auch schon hier kommt ihr Müll an nix mehr und das ist ein Wackel wenn immer das Lava auflackert so ich sage nicht mehr so ja und ich wollte eigentlich noch hier meine kleine Bahn bauen noch nicht gebaut ich muss mich dann erst wieder damit auseinandersetzen wie das alles funktioniert und so es ist halb fünf halb fünf ja okay halb fünf was will ich jetzt grad tun Eisenpipelines da da kaktür hier fehlt noch ein bisschen Licht was hier auf gar keinen Fall fehlt sind Creeper darum gibt es sowieso genug hier ist Creeper-freiheitzone so war der Kackschloss jetzt gedacht hier war mal einer drin und hier ist noch einmal und ich brauche mehr Engine Threadstone Engine und so hm hätte ich theoretisch alles dabei hier ich habe keine Ausrede ausrede parat mit hier ist das ein Punkt mehr ist irgendwann aufräumen wie immer wie Krusel Kurs so jetzt brauchen wir beide sieben von den Dingen 1 2 3 4 5 6 7 und nochmal jeweils sieben davon boah ich verbrauche mal Kappels, das ist echt fast schon wunder genau dann und die Kostik ist 1 2 3 Kipholz ich brauche Köln ich brauche viel Holz glaube ich was brauche ich noch ich brauche noch irgendwas Glas genau da habe ich nichts mehr davon wie in die Sand nicht mehr Sand kein einziges Stück Sand gegen Sand hier drin habe ich glaube ich auch kein Sand soweit ich weiß doch ich hab schon ich hab schon die Sonne und oder auf ja die Pixel gehen auf ok dann sind erstmals gelaufen hier sind wir auch nicht verbunden st das liegen wir für ganz Profimäßig da oben rein in den nur Ofen hoffen was alles läuft bewegt sich mit abtransportiert gut in st wo waren wir vier und halb 5 6 7 7 auch erstmals dann müssen wir nicht erst mal warten bis wieder glas haben 7 glas 6 glas bräuchten jetzt noch was macht mir hier eigentlich achte weil ich fertig ich habe gar nicht die möglichkeit geben ob das zu tun was das nicht durch man stellt schon glas das ist zwar noch noch um so läuft es ganz zeugt zwei grüßen das ist so gebaut so scheiße gut dass jetzt hier und nachschauen rufen besten besser vielleicht das ganze einfach hier so ganz billig weiter vernetzen wird nicht so eine Art ja gut wirklich gut ob das ist auch nicht außer war erfüllt sein zweck bräuchte hierbei noch durch ich will doch hier nur hoch und kraften so was brauchen wir es noch alles Redstone-Umi das haben alles genau dann nur noch denkstens drüber so um sieben dann verteilen wir hier noch ein bisschen was ah doch nicht und schon stammt 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 passt alles ich überlegte wo ich die nächste Miene ist oder wäre gelaufen spielen weil ich will vielleicht echten nächsten Folge dann nur zu müssen sobald ich die Piper und alles fertig hat Schienenformen gehen weil ich habe es mit den Schienen und nicht ganz gehaftet und ich sage es auch nicht wirklich weiter geschaut und recherchiert und so aber ich glaube das wird mehr da eigentlich eine kurze Sache da mit den Schienen aber ja wir mit den Computern Schönen runter also bald müsste echt auf Grundschule sein obwohl ich hoffe ich nicht ja das muss ich noch eine zweite Köln weil ich die Füße schon untergeht das kann ich was benutzen Kassler ist es passiert hier wieder was fällt hier ich habe doch hier nur ganz normal zusammen abgebaut das ist nicht so ein Ticket anders ist auch kommen das darf nicht wahr sein jetzt wachsen hier tausend Blumen jetzt mache ich hier ein Blumenfeld scheiße ich brauch doch hier kein Blumenfeld ich will doch hier ernsthaft ähm Geld machen nee also nicht Geld machen aber es ist es ist nicht so was Sturm Kappelsturm ein St ich so an so 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 st es sollte weitergehen genau und dann kommt eigentlich hier alles irgendwo zusammen wo ich könnte ich gleich ein Stückchen weiter unten bauen dann könnten wir jetzt entweder größte Schwestern stellen was eigentlich ziemlich sinnlos ist und wieder verschwenderisch und so weil es ist aber auch nur aus dem Grund, weil es verschwenderisch ist ja also es macht einen Unterschied so jetzt wären wir hier schon mal Couples, Stone und Sport, Pipes jetzt kommen hier die zwei Küsten hin ich finde es scheiße, wenn hier nur mal eins und Ding drunter ist das sieht irgendwie behindert aus also ungleichmäßig und keine Ahnung so gut so weit so gut jetzt müssen wir hier nochmal nach unten unten nach unten nach unten unten und einmal hoffen, dass es nicht gleich alles um die Ohne fliegt ja, es klappt funktioniert auf alle Fälle schon mal ganz gut so vieles Guten Hä? Was funktioniert das hier alles ohne? Dinger? Ach komm, leck mich einfach mal im Arsch. Jetzt habe ich den ganzen Scheiß hier umsonst gecraftet oder was. Kacke da. Jetzt testen wir das Ganze gleich mal. Kommt hier runter, und, und. Ach komm. Der wollte mich hier doch echt verarschen oder was? Das wachs hier schon mal nur Blumen. Und auch noch so ne Scheiß. Komm schon. Super, was mach ich jetzt? So muss es funktionieren. Ja, es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Ich muss inzwischen reinwirft. Theoretisch einfach egal, wo es fliegt. Ja, und es funktioniert einfach. Sehr geil. Bertha Style, ich brauche Erde. Jetzt kommt hier dann schon die ganze Kacke in die Küste rein. Sehr gut. Ich bin mal überrascht oder froh darüber, wenn Kacke in die Küste kommt. Ja, eigentlich könnten wir sie auch ewig weiterleiten und so. Vielleicht bis ins Haus und da oder so. Ne, nee. Das werden müssen los. Trotzdem lege ich hier gerade echt, glaube ich, nicht einfach. So ist hier alles kaputt. Wieso? Und so. Und, 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 und. Irgendwie soll die Kiste schon ein bisschen auffallen. Einfach, dass es vielleicht auch reicht. Gut, egal. So, hier alles bisschen verändern. So, hier. So, hier. Da. Das wird immer schon erkannt. die Kirche schon mal gleich ganz anders aus viel geiler und viel pro-mäßiger so jetzt brauchen wir nur noch eine Zeit Schaltuhr in Anführungsstrichen und dann sieht das Ganze gleich viel besser aus geht hier noch ein Gartentor, ist auch wichtig